Hey Leute, da werden wir wieder. Diesmal mit einem neuen Freund, sag ich mal, sag mal was. Hallo. Wartet mal kurz, ich drehe mal kurz meinen Lautstärken runter. Weil das ist ziemlich laut hier, die Musik, das nervt. Und dann gehen wir mal auf Start Game, würde ich sagen. So. Parsec Productions. Spannend. Total. Oh ja. Spannend. Spannend. Slender. Okay. Also, ich würde sagen, wir gehen erst mal zu diesem Eisenteil, ne? Jo. So. Ich habe eigentlich gerade noch nach einer neueren Version geschaut. Äh, nach einer neueren, das ist ja mit einer der neuesten, das ist das Problem, weil hier sieht man ja absolut nichts, hier ist ja stockfinster. Das ist das Problem, finde ich. Denn ich hätte, ich wollte eigentlich eine alte Version haben. Die wollte ich mir jetzt noch schnell downloaden, aber da fand ich keine mehr. Das ist nämlich das Problem. Und du, und du siehst hier auch flüssig? Per Skype? Ich stoppe ein bisschen. Ja, das ist am Anfang bei mir immer so. Außerdem hole ich mir bald eine neue Grafikkarte. Weil meine ist nicht gut. Nicht sehr gut. Okay, hier hätten wir schon mal unsere erste Seite. Die hieße Don't look or it takes you. Mann, jetzt lächst du gerade ganz schön. Das nervt. So. Damit hätten wir schon mal unsere erste Seite. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus. Hier dürfen irgendwo die Toilettenhäuschen sein. Ich glaube schon. Ähm. Ja. Wir dürfen sie gleich kommen. Es kann auch sein, dass das gerade zu leckst wegen Skype. Da noch keinem Tätchen. Wartet mal. Ich zoome mal kurz ran. Man sieht nichts. Jetzt muss ich mal überlegen. Laufen wir jetzt einfach mal hier hinten an die Ecke. Scheiß Legs, Alter. Ja gut. Die Bildschirmübertragung bringt auch immer Lecks ein, ne? Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Vielleicht hat Slender ihn geholt. Er sagt ja nichts mehr. Hallo. Bist du noch da, Lennart? Ja. Ach so. Ich dachte schon, Slender hätte dich geholt. Nee. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich frag's mich bloß, ähm... Wo muss das genau jetzt sein? Da hinten ist was. Ich weiß nicht, diese... Ähm... Nein, Alter. Was wollt' das grad? Was? 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 Oh, schluss' Gras? Was wollt' das grad? Verdammte Kacke, nun mal. Ja, das kommt von der Bildschirmübertragung. Wenn ich allein Netzplayt hab, ohne Bildschirmübertragung und Skype hat's eigentlich nur mal kurz immer gelegt. Das vor allem am Anfang ist hier durchgehend. Und das nervt. Ach, Mann. Das nervt, das nervt, das nervt, das nervt. Sorry, Leute, dass ich jetzt drei Tage lang, oder zwei Tage lang ein Netzplayma gemacht hat. Ich hatte einfach keine Zeit wegen Schule und so weiter. Aber wir haben seit gestern, also ich zumindest in Sachsen, wir haben jetzt endlich Wochen, äh, Wochenende. Ferien. Zwei Wochen. Was? Hier ist er grad, hier ist er grad. Ey, Homo. Sle... Ach, Dunn. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein. Du bist doch ein braver Kerl. Ich kenn dich. Ich kenn dich. Komm, komm. Ja, versuch's. Ja, das leckt so sehr, ey. Oh, sag mal. Diese Meldung nicht mehr anzeigen, was will der? Wow, Alter. Nein. Scheiße. Ich lebe noch, ich lebe noch. Weg. Warum leckt das so? Scheiß Bildschirmübertragung. Weg. Komm schon, renn noch mal. Renn noch mal, du Homo. Oh, das war noch mal knapp. Ich hab gesehen, wie das sich noch mal extra vor mich teleportiert hat, ey. Ich hab gesehen, wie das vor mir... Oh, fuck. Erschrocken bin ich nicht, aber... Die Lex, Alter, nee. Es geht gar nicht. Jetzt wächst grad komplett. Ich spüre mich doch voll verarschen. Das nervt. Slenderman, kapierst du's mal? Du nervst. So, so. Schöne Tanks, ne? Ja, okay, das kommt echt von der Blütschern. Ich hab's in einem Tag, also so ein Slender. Hm? Was? Muss ich mal gucken. Du meinst jetzt, die Cheats? Ja, also so ne Mod, ja. Ja, aber da muss man erst danach... Wow! Siehst du, ne? Ja. Wow, fuck, 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 wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Alter, ich hab' noch mal eine Seite und er teleportiert sich ständig hierhin. Was? Nein, 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 nein. Komm schon, renn, 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 man! Mann, ey, das kommt wirklich von der Bildschirmübertragung. Die Zuschauer können's beweisen, vor allem meine Abonnenten. Die können's beweisen, ein Geschlechts kaum hier. Bloß, das halt, na gut, ich hab grad noch Webcams dazu. Die tut auch noch mal ein bisschen Lex hier garantieren, aber nur kleine... Aber dann Bildschirmübertragung. Was ist der, wer? Hallo? Da gebe ich jetzt ganz sicher nicht rein, Alter. Ich bin noch lebensmüde. Zumindest will ich keinen Herzinfarkt bekommen. Ach, sag mal, der Typ erschreckt mich nicht, weil der so leckt. Aber trotzdem... Alter, finde... Hey, ähm, Lennart, kennst du Slender? Also hast du schon mal gezockt? Ähm, nee. Bei einer Seite jagt der einen eigentlich noch gar nicht. Und du siehst da, wie oft der jetzt hinter mir steht, ne? Das war ja eigentlich gar nicht normal. Ab der dritten Seite verfolgt der einen regelmäßig. Und... Ab der ersten Seite passiert eigentlich noch nix. Alter, das nervt die Lex. Wenn man einfach im Kussaliert hat, kann man ja auch ein paar zusammenspielen. Echt? Man kann es länger zusammenzum- Wie das? Nein, ich mach mein Kuss. So. Äh, was? Was? Wo ist der? Nein, nein. Ach, zu spät. Mist. Jetzt bin ich verreckt. Ein von acht Seiten. Wollen wir mal kurz gucken, wie weit wir überhaupt schon sind. In der Aufnahme. Entweder höre ich jetzt auf. Sieben Minuten, naja. Ähm, ich würde sagen... Hab ich es mal geklickt. Wir quatschen mal noch ein bisschen über das Spiel. Also, ich würde jedem raten, holt euch das Spiel. Wer es mal let's playen will, ja, viel Spaß. Ich spiele schon abgefahren krank. Und nur zur kleinen Info, meine Quay-Let's Plays werde ich erst mal lassen. Ihr habt ja die Grafik-Lex im zweiten Part schon ein bisschen gesehen, ne. Also, Lex nicht, aber die Grafik-Bugs und die Sound-Bugs. Deswegen warte ich, bis ich meine neue Grafikkarte habe. Und... Dann werde ich schön loslegen mit Minecraft und Quay. Vielleicht hole ich mir noch Nightmare House 2. Noch andere Horror-Spieler. Darauf stehe ich nicht. Nämlich besonders hier. Hm? Naja, kann ich auch mal gucken. Und ich würde sagen, das wäre es erst mal soweit mit dem Spiel. Denn die Lex ging gar nicht... Hm, nee, nee, nada. Mich nervt das auch, die Lex. Scheiß Bildschirmübertrag minimal. Und... Ich würde sagen, einfach nur, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.